Genau wie Lukas wissen wir nicht, wie die Welt in ein paar Jahren aussehen wird. Das heißt aber nicht, dass die Zukunft nicht in unserer Hand liegt. Um Lukas die besten Chancen zu bieten, sind drei Dinge wichtig. Lukas muss sorgenlos leben können. Dazu gehören bezahlbarer, sicherer und gesunder Wohnraum, eine solide gesundheitliche Absicherung, die Möglichkeit am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und die Gewissheit in Würde und in Gesellschaft zu altern. Nur so steht Lukas mit beiden Beinen fest im Leben. Außerdem muss Lukas sich immer und überall frei und sicher bewegen können. Dazu braucht er unter anderem immer den richtigen Ansprechpartner, gut funktionierende Notdienste, eine deutschsprachige Notrufzentrale in Ost-Belgien und einen sicheren öffentlichen Raum. Hinzu kommt die Notwendigkeit, in einem sauberen und gesunden Umfeld zu leben. Dafür sind Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein unglaublich wichtig. Der Ausbau von erneuerbaren Energien muss zudem gefördert werden und gleichzeitig für den Verbraucher bezahlbar sein. Auch der Erhalt von Grünflächen und eine funktionierende Kreislaufwirtschaft sind wichtig, wenn es um eine saubere und lebenswerte Zukunft geht.